Ein herzliches Grüß Gott, ein gescheites Essen zum vernünftigen Preis und kultivierte Wirtshausatmosphäre. Das erwartet den hungrigen Gast im Norden Österreichs. Im Waldviertel stehen vor allem regionale Spezialitäten auf der Speisekarte. Genießen Sie die schwarze Köstlichkeit aus einem der ältesten Mohnanbaugebiete Europas. Mit seinen über 1000 Teichen ist das Waldviertel Österreichs größte Karpfenzuchtregion. Die berühmten Waldviertler Erdäpfel sind besonders geschmackvoll. Auf Lös- und Lehmböden gedeihen köstliche Weine. Das Waldviertler Bier und der Whisky genießen einen hervorragenden Ruf. Sekt zum Frühstück. Spezielle Genießerzimmer in den Hotels, Pensionen und Bauernhöfen bieten das gewisse Etwas. Von hier aus lassen sich entspannte Ausflüge zu mehr als 300 prächtigen Burgenstiften- und Schlössernunternehmen. Tolle Schmankerl sind auch die zahlreichen Kulturevents mit Star-Besetzung in stimmungsvollem Rahmen. Wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist, unter www.ausflugsplaner-waldviertel.at lässt sich mit unserem Online-Planer bequem ein buntes Ausflugsmenü zusammenstellen. Guten Appetit! Untertitelung des ZDF für funk, 2017